Musik 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 Ah, ich strecke immer wieder die falsche Taste. Musik 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 Aha, jetzt ist mal was angezeigt. Ist ja nett. Das ist direkt mein Ziel zu sehen. Was passiert, wenn ich gegen den Eisberg fahre? Schlimm, das muss ich sprengen, ne? Ich glaube. So, jetzt müssen wir hier drum rum. Na ja. Woraus! Woraus! Was vor uns ist. Wir schneiden durch das Eis. Genau. Ich sehe mal gar nichts. Also müssen wir uns jetzt von unschaft zu unschaft tangeln, müssen wir mal wieder in die Mission. Schnell reisen können wir ja nicht. Trefft die Top-Brund-Rahmsegel! Segelwerk! Anker! Eh. Oh Gott. Ach. humanes gia! Hm? Oh Gott. Ich bin face ihn nicht wegen derissene Nied ähnli. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. tych drauf. Ich bin Mister. Bis zumal sich HELEIS! Verstehen sie clone. Bitte akzeptiert meinen aufrichtigsten Dank, Sir. Mach ich. Hey, was ist denn das? Ich sehe, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin da. Ist das für uns der Zelt zu früh? Spannend. Spannend. Spannend! Spannend. 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 Ja. Das war's. Ich hab mir die Hälfte gehalten. Ich hab mir die Hälfte gehalten. Sooo. Wie viel müssen wir noch töten? Zwei? Dreie? Ja. Das könnte ich versuchen. So viel dazu? Ja. Ups. Cool. Kann man alles räumen hier denn, Leute? Das spino л aids. Yeah. Hey. Ey. Was ist hier? Oh Schlüsselträger 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 Da hoch muss man ja auch noch Okay Ja Oh, come on. Ja. 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 Ich dachte schon, das spielt ab. Wie geil ist das? Das ist los. Na, das mal dazu. Okay, so jetzt haben wir hier noch Templer-Kerzchen. Kann ich schon noch weiter holen. Scheiße, was ist das Ding? Ach, da oben. Okay. Fortuna Segen! 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 Die Bank ist leer. Okay... Ja.. warte mal, warte mal, warte mal, weinte mal, weinte mal, weinte mal, und wir more uns mal nichts mehr übertreiben. Halt! Untertitelung des ZDF, 2020 15.000 Pfund ihr seid ja, knackt seid ihr. Schiff aus, östen, kaufen. Rumpfpanzerung, oh ja. So, da geht uns natürlich dann wieder das Material aus. Schiff aus, östen, schiff aus, östen, schiff aus. Da freut sich die Crew. So, was hätten wir denn hier in der Nähe noch? Okay, hier gar nichts. Wir sind jetzt... Wo? Hä? Achso, ich bin ja noch gar nicht am Steuerrouter. Ich bin ja blöd. So, jetzt aber. So, wir waren jetzt vor Louis. So, wir müssen uns, glaube ich, erst durch die See stechen. So, jetzt, glaube ich. Vor Louis waren wir jetzt. Hä? Wieso kann ich nicht weiter rauszoomen? Wieso kann ich nicht weiter rauszoomen? Wieso kann ich nicht weiter rauszoomen? Wieso kann ich das jetzt verstehen? Ne, ne? Ich komme ja nicht klar. Da haben wir alles. Jetzt wird es schon wieder schwer, schwer. So, also, was auf. Dann geht es hier weiter. Oh! Und nehmt die Rahlen auf den Wind! Hrrrgh! Näher an uns gefährlich, den Felsen, Käpt'n! Einholen und aufreisen! So, jetzt kann ich das da überöl dazu aufbieren. So, jetzt sind das hier schon. Da komme ich dann freundlicherweise gleich wieder zu meinem Schiff, ohne schwimmen und frieren zu müssen. Ja!